Na 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 ha 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 Hey genau was geht fahr euch ab Junge Willkommen zu einer Runde auf NUKE Oh NUKE, eine meiner Lieblingsmappes Mmm So grad sagen, yo mate hast du gesehen wie ich den gepimmelt hab Aber es war kein Mate, es war kein Mate Es war Brownie Der Brownie Also, so weit läuft es ja Jawoll, auf 4 hab ich die Diegel, okay Meine coole bronze Deku Diegel Mhmm Leute, wir machen jetzt sowas von A-Rush, das glaub ich aber. Ich weiß nicht mehr, welcher Bombenspot wo ist. Ich glaub, B ist unten, ne? Okay, wir gehen doch B. Nein, die Map ist auch anders. Leute, das ist critical für mich. Wirklich. Mit sowas komm ich nicht klar. Das war einer von uns jetzt, oder? Ey, wir verrecken. Warum lädt ihr den nicht auf? Ey, ich versteh's nicht. B ist die ganze Zeit frei. Alle stehen oben auf A. Also die CTs anscheinend. Alle zusammen. Wir haben eine große Familie. Komm, Bombe, Bombe, Bombe. Noch einer von hinten. Komm, bitte. Warum gehen wir jetzt hin? Hopp. Komm, das war mein, äh, evil laugh. Läuft! Ich muss gleich gucken, wie sich diese Map jetzt hier noch verändert hat. Das ist alles gleich geblieben hier, naja. Nicht, dass jetzt auf einmal hier ein City rauskommt und mir den Arsch weckt. Alter, alter, alter. Unsere Russen-Fraktion geht mal wieder ab. Wow. Kakashi hat mich gebumst, aber hart. Ich hab ihm nur 27 gegeben, den Tod hab ich verdient. Mit dem bisschen Damage, was ich da verteilt hab. Ey, noch einer. Krass. Ultra, die Typen hier grad unterwegs. Bei uns im Team. Also natürlich ganz oben ich. Aber sonst auch sehr gute Menschen dabei. Sehr gute Leute. Feuer frei, Airborne. Feuer frei. Ich bin so ein Spezialist im direkten Runterrushen, wisst ihr? Also rein auf A, runter, rechts in den Schacht, B legen und dann verstecken. Hab ich früher sehr gerne gemacht, wenn man gut dafür steht natürlich nur. Also ausschließlich, wenn man gut dafür steht. Leute, ich brauch jetzt ne Waffe, bitte. Hier bei euch nehm ich eine Waffe mit, gell? Ihr habt doch Waffe. Fuck. Tot. Oh Gott, Mann, war das... Habt ihr es gesehen? Ich springe, die Flash trifft mich und natürlich, ich kann nur nicht mal weg, weil ich komm genau vor ihm runter. Geflasht. Nackt. Von hinten. Ah, jetzt kann ich mir schnell die Map angucken. Also, hier kommt man nicht mehr runter, alles klar. Hier ist noch alles wie früher, ne? Man kommt jetzt eben da runter, ist ein bisschen tigerechter natürlich, kann man nicht sagen. Der kackt da gerade gezielt runter auf einen Terroristen. Wisst ihr, was edel wäre? Das haben wir uns früher mal gewünscht, ne? Hier hochboosten, ihr wisst schon. Dann hier hochboosten, irgendwie papapam mit einer Flash oder so. Und dann hier oben rein. Mit so Seilen. Der Terrorist-Force. Wir haben die Bombe, wenn du die Bombe in meinem Ehe... Nein. Komm schon. Achso. Was macht der Mate? Ach, der war tot. Natürlich ist es so tragisch, ne? Was habt ihr denn schon wieder vor? Ich weiß gar nicht, wo die F2-Taste ist. Ob ich den kicken will? Hast du recht schon noch so blöd? Ich hab natürlich auf Nein gedrückt. Ich werde es doch schon nicht gleich bereuen, dass wir nicht gekickt haben. Oftmals gibt es ja einen Grund. Nicht reinrennen. Oh mein Gott. Und der ist tot. Kakashi, warum fließt du nur 81? 19 mehr und du wärst nicht mehr. Kakashi, du machst mich schwach. Aber die AWP ist schade. Warum Gott? Schon nützlich. Ultraschwach. Ich hab niemanden geholt. Die schreiben hier auf Russisch. Und wir gewinnen aber dazu noch. Denn unsere Bombe wird gerade geneift. Ultra. Ja, okay. Im Reloaden ist passiert natürlich. Ich kann das schon verstehen, aber ist schon wieder. So. Guck mal. Er hat die Bombe, oder? Hat das jetzt? Ja. Und jetzt gehst du einfach runter, genau. Weil ihr habt mitbekommen vorhin, dass da oben eine AWP steht. Die entweder jetzt hier gewesen wäre und ihn geklatscht hätte. Bam! Oder eben nicht. Und sie hat ihn nicht geklatscht. Oder habt ihr ein Bam gehört? Nee, ich nicht. So, jetzt blendet er ganz gemütlich. Ach, nur deine Füße. Oh mein Gott. Aua, aua. Aber bitte versteck dich nicht so. Geh bitte durch die Tür. Die Türen haben doch immer ein... Oh mein Gott. Nice. Oh, die Türen haben kein Glas mehr. Ist schon tricky. Aber man kann ja Löcher reinschießen. Man kann ja Löcher reinschießen. Komm. Man muss die Leute auch mal loben. Äh, die müssen halt wissen, dass sie auch mal was gut gemacht haben. Dass sie nicht immer nur denken, sie machen alles schlecht. Obwohl es so ist. Nein. Nein. Jetzt mal im Ernst. Sie sind gut. Ich hab irgendwas im Auge. Immer zum Tränenkanal hin. Also jetzt als Tipp für euch. Immer zum Tränenkanal hinreiben. Dann wird's weggeschwemmt. Kann ich hier bitte mal ein Loch haben? Danke. Ein Stück Glas liegt auf dem Boden. Ich möchte meinen, es ist ein Hoden. Könnte gefressen haben. Oh mein Gott. Behinderteste Aktion ever, die ich jemals hier in meinem ganzen Leben gemacht habe. Jetzt geh ich runter. Nein. Du Drecksack, du Dreckiger. Der Jonas hat mich geklatscht. Es ist ja wohl... Alter, du Frechheit. Oh nein. Ja, komm, Plente. Plente, bitte. Wo sind die anderen? Der kommt vom Vogelnest. Nein. Nein. Warum hat er mit der... Warum hat er mit der Burst... Warum hat er mit der Glock geschossen? Dann hang doch rüber. Ich kann's gar nicht, weil ich konnte es hier aussprechen. Hier lag der AWP. Äh, eine andere Waffe. Hier ist alles voll mit Waffen. Und er... Mit welcher Waffe hätte ich wirklich die geringsten Chancen zu gewinnen? Weil ich will wirklich auf... Und er lässt die Tür auf, um den Schatz, um ihn noch einzuschließen. Na, du bist mir aber auch ein Hakelschosch, hä? Vorsicht. Jetzt einfach nur hören. Listen. Ob jemand defused. Nicht gucken. Nein. Da, defused nur. Hey, die haben eine Schnur. Ich hab das gelesen, dass sie jetzt Animationen hinzugefügt haben. Aber einfach... Ich defuse mal eben mit der Schnur, weißt? Ich weiß das nicht. Mit denen du... Meine Bronze-Deko-Wiegel mit's Regen. Könnt ihr bitte mal sterben? Oder könnt ihr mal jemanden umbringen, dass ich eine Waffe habe? Danke. Und eine Arme wäre nicht schlecht. Leute, ich glaube, ich bleib bei euch. Halt, da ist jemand gestorben. Natürlich unsere Bombe. Wow, Leute. Wow. Alter, und ich hab ihm nichts gegeben? Sehen, wie ich gerade eskaliert bin? Ich hoffe, wir gehen jetzt auf B. Das reicht mir jetzt mit euch. I'm throwing flashbang. Ach du, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Sorry. Da rennt er. Ne, das ist unsere. Krass. Deckt mich, deckt mich. Er deckt mich. Hallo? Oh ja, will Gott. Von oben kommt er. War das unsere, waren das unsere, die das aufgeschossen haben? Merkst du was? Merkst du was? Merkst du was, hä? Merkst du was? Oh, ist aber ganz schön niedrig. Nein, du neifst ihn nicht. Wenn du ihn neifst. Oh, der geht's gar nicht weg. Leute, ich weiß, ich hab's halt einfach drauf. Wisst ihr Bescheid? Naja, also es geht. Setz dich in Gänzen, ja. Setz dich in Gänzen. Könnt ihr mal rumführen? Blablabla? Ich komm mir voll langsam vor. Scheiße. Wo ist der andere, der hier reingerannt ist? Ist der andere nicht verreckt? Oh, ich hab mal so gut. Letzte Runde. Ey, wie schwach war das. Bitte macht die Konsole mal auf. Ich hab doch den ersten, also ich mein, ich hab ihn nicht umgebracht, ich hab ihn assistet, aber wie konnte ich so lange auf ihn schießen und dass er verreckt? Wie hab ich das gemacht? Wie kann man so schlecht sein überhaupt? Das ist natürlich die Frage, die da im Raum steht, nirg? Naja, komm. Einer geht noch, einer geht noch, nein. Einer geht noch, einer geht noch, nein. Dann haben wir's aber ordentlich gepimmelt. Okay, Bombi. Achso, ich test's jetzt einfach. Ja! Habt ihr gesehen, wie ein Rush geht? So geht ein Rush. Aber nicht so nachladen wie so ein Box. Sorry. Er hockt immer noch dahinten, warum guck ich nicht? Ich weiß es nicht, weil ich behindert bin, wahrscheinlich. Ich bin schön von hinten gekommen, aber ich versaue es. Ich hab ihn ja gesehen. Oh, da ist einer. Und irgendwie ist mein Gedächtnis 30 Sekunden später einfach geleert. So, da ist einer. Wie Frauen, die gerade mit dir erzählen und dann an einem Schuhregal vorbeilaufen. Und dann wollte ich noch... Ich hab die Bombe. Ich hätte keinen Rush machen können. Wieso, Kinder, die anfangen zu weinen? Fickt euch doch alle. Ich geh auf A. Oder vielleicht doch nicht? Vielleicht plänt ich einfach nicht, weil wir gewonnen haben. Also, erstmal wieder eine sehr bewegende Runde. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich nehm einfach noch ne Runde auf. Scheiß auf alles. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.